Hallo und herzlich Willkommen zurück zu der Szene, wo der Epi mich beim letzten Mal erschießen wollte. Ich doch nicht. Nein, überhaupt nicht. Wir haben jetzt schon wieder eine Woche oder so nicht mehr gespielt. Ich muss mal eben gucken, welche Knöpfe ich drücken muss, um überhaupt irgendwas zu machen. Damit kann ich durchschalten. Ich weiß nur nicht, wie ich das Ding wieder loswerde. Ach, ich kann es einfach wegschießen. Das ist gut. Das ist was für dich, würde ich sagen. So. Nee, du sollst da drauf springen. Nee, du musst... Kann ich da nicht dran hangen? Ich kann... Nein, du musst da so ein Ding dran machen. Ja. Ein Vierk. Ja, genau. Ich weiß aber nicht. Äh. Höhe. Ja, ich kann gerade das Ding nicht... Ach so. Also, wir sind die totalen Profis. Wir wissen alle nach einer Woche überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen. Das kennen wir ja schon zum letzten Mal. Aber jetzt musst du da hoch, oder nicht? Musst du das... Du musst das doch oben verbinden, oder? Mit dem Ding. Ach so, warte mal. Ach, das kannst du von unten machen? Ja, aber das bringt mir nicht viel. Aua. So ähnlich. Äh... Kann ich da hoch gehen? Da habe ich jetzt viel von. Ich sehe da oben jetzt nichts, deswegen... Ah, da ist das wieder... Ach nee, das ist wieder so ein Mechanismus, oder? Ja, aber ich glaube... Warte mal, das muss in die andere... Ja, weil dann müssten wir das mit der Kugel machen. Das wird da... Ja, du musst die Kugel dran machen. Mach die Kugel mal dran. Ah! Äh. Wieso bleibt jetzt mein Wal da stehen? Du müsstest die vorher abmachen wieder, würde ich sagen. Ja, aber wieso bleibt der hier stehen? Der ist doch sonst nicht stehen geblieben. Hä? Doch, weil du doch mit dem anderen das bewegen kannst. Du musst das bewegen. Da. Aber du musst erst die Kugel dran machen. Genau, den brauchst du auch gleich. Nee, doch egal. Schmeiß den jetzt weg. Oh Gott. So. Nein! Doch. Oh. Hä, wieso hast du jetzt noch eine Kugel? Nein. Moment. Ach, jetzt nimm den doch hoch, Mann. So, das wollte ich jetzt eigentlich... Ähm, geht das nochmal so. Das geht nicht, ne? Nicht so wirklich. Schade. Aber mit dem kann ich das doch nicht. Au. Hey! Was machst du? Nee, warte mal. Müssen wir das nach rechts oder nach links machen? Das ist die Frage. Den kann ich da... Warte mal. Ah! Aber verkehrt rum. Warte mal. Ich dachte jetzt, du kannst das gar nicht, wenn du da... Andersrum kann ich's machen, aber nicht in die Richtung. Musst du denn noch... Oh, das dauert ewig. Oh. Ich lauf hier durch und bin froh. Deine Kugel hat... Lala, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich bin entzückt. Ne, ich hab aber die richtige... Ne, B ist bei mir auf der rechten Seite. Du musst erst mal da was dran machen. Mach da mal die Platte da. Da ist jetzt was kaputt gegangen. Ach so, das fällt da runter. Mach die Platte da dran. Die müssen wir aber recht... Sag mal, ich bin doch schon einen ganzen Schritt... Ich schieß dich. Oder kann ich... Warte mal. Oder kann ich zwei Platten da dran machen? Ne, das geht... Oder? Eben hatten wir ja auch zwei. Das müsste doch eigentlich gehen. Warte mal. Das war gut. Ja. Aber das wird dann... So? Nein! So. Jetzt hol mal das Ding. Ja, aber dann wird das hier ins Wasser fallen. Kann ich dir jetzt schon... Ja, das muss auch runternehmen. Wieso drück ich bei B mal links? Warte. Äh. Äh. Nein. Ne, okay. Ich kann den nicht anvisieren. Kannst du noch den Würfel holen? Ne, ne? Das war alles, ne? Welchen Würfel? Welchen Würfel? Ich hab doch eben selber nur einen produziert. Aber warte mal. Kannst du das Ding weiter nach da machen? Ne, die Frage ist eher... Hallo. Ne, ne, kann ich das Ding... Warte mal. Mann, der fällt doch ziemlich weit. Der fällt doch... Guck mal, wie weit der fällt. Du kannst doch... Ich kann... Ne, ich kann aber nicht. Ich kann den... Oder? Ich kann den nicht anvisieren. Warte mal. Warte mal. Hier hinten, das Ding, müssen wir runter... Das muss... Ach so, das geht erst runter, wenn du das da drüber kannst. Kannst du das Ding jetzt holen und da dran ketten? Hol mal das andere Ding. Das rechte, meinst du? Das da. Kann ich nicht, weil du da dran bist. Warte. Jetzt halt ganz wohl. Weil wieder nicht. Nein, Kilo. Ja, warum stellst du dich da auch drauf? Ich hänge hier dran nur. Genau. Ich gehe jetzt verrückt. Au, au, ne, sie haut nicht. Nein, falsch rum. Nein, sie kann es nicht. Das fallen. Das wird irgendwie kacke. Ja, zieh mal rüber. Da. Ich bin so gut. Nein. Oh, nicht. Oh, der wird einfach gebrochen. Hast du es gesehen? Ähm... Was ist denn? Was ist denn da? Ach, da ist was. Ja, ich denke mal, dass du da rüber musst, oder? Oh, 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 oh. Tschüss. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Der hat Feinde. Was hat der Feinde? Stürb, du Sau. Haben wir es jetzt endlich? Wieso müssen die immer genau in solchen Momenten kommen, wo du dich voll am Konzentrieren bist, was du machen sollst, ey? Hast du da links eigentlich den, 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 äh, zum Speichern berührt, oder? Das Ding hier? Hier ist eine Katze. Hier ist eine Katze. Komm. Komm mal hier oben. Ey, ich kann ja nie nach oben. Oder? Nee, ich kann immer nur den anderen. Aber wie kommen wir jetzt da rüber? Ich muss da rüber. Worüber? Ja, da oben sind noch ganz viele Dinger. Was meinst du jetzt mit oben? Über mir jetzt hier, oder was? Na, na, na. Warte mal. Hä, wieso? Uff, scheiße. Das war der falsche. War das nicht so? Ich komme hier nicht hin. Da meinst du. Jetzt sehe ich das. Ähm. Keine Ahnung. Du hättest es mal weiter rüberlegen müssen. Ja, hätte ich ja machen können, wenn du mir gesagt hattest, wo ich hin muss. Beziehungsweise, wo du hin musst. Ja, ich muss nach oben. Das geht nicht. Doch. Oh, das ist gut. Das ist gut. Was immer. Aber da komme ich nicht mehr dran. Doch, mach. Oh, ich hätte... Warte, das schaffe ich. Hast du alle? Ja. Ob das jetzt so gewollt war, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber... Das war einfach können. Hier oben komme ich aber nicht hin. Aua. Ich drücke heute die ganze Zeit die falschen Tasten, da musst du dich dran geföhnen. Da musst du mich verbunden, bampen. Damit springen wir. Ja, danke. Ja, ich muss vielleicht... Hör mal, ich muss das beides mit einem Controller auf der gleichen Seite mit zwei verschiedenen hier hinten machen. Weißt du, wie bescheuert das ist? Da war ein Buch. Äh. Die Gesetze und Bräuche des Großen Rats im Königreich. Seite 70. Der Große Rat ernennt alle vier Jahre ein neues Sprachrohr für den Rat. Aus diplomatischen Gründen heißt das Sprachrohr im Gegenwart ausländischer Botschafter, die unsere Bräuche nicht verstehen, Königin, König oder Hoheit. Für den Fall, dass der Große Rat kein Sprachrohr wählen kann, wird stattdessen ein Notfallkanzler ernannt. Dieser Kanzler dient als amtierende Königin, König oder Hoheit, bis der Große Rat eine Entscheidung getroffen hat. Nein, ich musste erst mal speichern. Ähm, ich denke mal, eine Kugel, oder? Weiß ich doch nicht. Geh mal da drauf und dreh mal. Wahrscheinlich ist... Ne, ist doch richtig gut. Holst ihr... Geh mal hoch, mach mal nochmal hoch, da oben ist bestimmt noch was. Da ist noch was zum Leuchten. Ja, ist ein Buch. Geschichte des Königreichs, Seite 256. Nach dem Tod des alten Königs erhoben zu viele Personen Anspruch auf den Thron. Die weisen Zauberer und der kleine Rat befürchteten einen Bürgerkrieg, besonders nachdem sich die Toten erhoben hatten. Sie schlossen sich zusammen und gründeten den großen Rat, der über das Königreich herrschen und für alle Zeit Frieden bringen sollte. Also ich kann mich auch gerne da oben lassen, ne? Ich wollte eigentlich weiter. Ich kann mich selber erschießen, wenn man mal was kommt. Boah, ich... Ich werde auf dich nicht angefliegt. So. Ha, 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 ha. Und jetzt kommt... Ah, hier ist eine Katze! Ich wollte nur die Katze sehen. Hallöchen, Katze! Komm, endlich. Immer muss ich warten. Ich bin immer nicht. Ja, echt. Das ist wie bei kleinen Kindern. Du bist immer irgendwo am Rumturnen, wo du nichts zu suchen hast. Was war das? Das sag ich nicht. Du kannst nicht schweigen. Dann kann ich nicht betätigen, weil du erstmal das da oben machen musst. Achso, du kannst dich da... Äh, warte. Danke. Aua, was machst du denn? Was machst du hier für einen Scheiß? Nee, das ist schon mal falsch. Ja, was du gemacht hast. Das ist richtig. Du sollst hier nichts runterziehen? Geh weg! Äh, jetzt macht der das schon wieder. Der macht das doch mit 80. Ich muss das drehen. Nein, geh weg da. So. Nee, weg da. Sonst machst du mir das wieder weg. Guck mal, ich will das drehen. Geht nicht. So. Der ist so dumm manchmal, ne? Ich lass dich jetzt einfach mal machen. So, mach mal. Was willst du denn jetzt machen? Ja, ich wollte es machen, aber du lässt mich ja nicht. Du bist ja immer dazwischen. Ich betätige den Hebel hier. Da ist die Kugel. Die muss ich hier hinrollen. Aber die passt nicht dadurch. Ich raffst du es nicht. Kann man das mit dem... Ja, ist jetzt die Frage. Wenn ich das jetzt mit dem schweren Typen unten mache, dann knallt die hoch. Okay. Oder mach du das mal mit dem? Muss ich dann irgendwie in die Richtung vielleicht rollen dabei? Ja, warte mal. Nee, nee. Doch. Ja, ja, das... Genauso wollte ich das ja. Aha. Genau. Hat sie es schon gedrückt? Oh, oh, oh. Ja, jetzt geht er mir hier runter. Anscheinend ja. Hui. Na, die sind Schatzboote. Alles meins. Wir haben eine Schatzkammer entdeckt. Wir haben eine Schatzkammer entdeckt. Juhu. Warte, warte, warte. So. Jetzt bist du weg. Das war meine Sandsturm-Attacke. Ich will die alle mitnehmen. Was ist das? Diebstahl! Da sind die Vega. Äh, Vega. Nein! Wie sucht das der andere? Nein! 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 Ja, für uns auch nicht. Das ist deine Aufgabe. Mach mal... Wo ist das... Ich wollte gerade sagen, wo ist das zu gut weg? Hallo? Haha, du bist in Forster gefallen. Du musst das wegziehen, wegziehen, wegziehen. Kommst du da noch dran, oder? Nee. Komischerweise mit dem Pfeilschießen, ja, aber... Ja, ist ein Kuss dran. Ja, aber ich... Das ist an dir irgendwie, ne? Wo ist das? Achso, das geht ab, sobald ich ein Wasserfall, okay? Achso, ähm... Du müsstest irgendwas hier hinmachen. Kann ich das im Wasser auch machen? Nee, du kannst hier was... Dann muss ich das Wasser... Ja, im Wasser kann man nichts machen. Die Frage ist nur... Äh... Geht das nicht unter? Nee, nee, nee. Das geht nämlich unter. Mach da mal... Wie ein Würfel, mach den Würfel hin, in der Mitte. Wie so ein Würfel? Ja, weil der im Wasser sein kann, das ist... Nee, der Würfel kann doch nicht im Wasser sein. Das ist doch tief. Äh, wie tief ist denn das? Ziemlich tief. Nee. Probiert doch mal bitte den Würfel. Aber was meinet... Was würdest du mir jetzt bitte? Einfach einwegen ins Wasser. Und dann? Ja, da kann ich stehen drauf. Äh, nee, aber... Nee, aber du kannst noch was drauf haben. Am zweiten Würfel. Das ist so genau so, wollte ich das noch sagen. Ja, ja. Weißt du, kriegst keinen vernünftigen Satz raus. Genauso wollte ich das haben. Und jetzt, wie geht das... Weiß ich nicht, lass mich mal... Also, du müsstest das jetzt eigentlich ziehen. Ach so, ich kann... Weil dahinter ist... Ja, dahinter ist was für dich als... Hä? Dahinter ist was für dich als Bogenschütze? Das heißt, du musst nach links... Ah, nee, da muss ich links stehen, oder? Boah. Hallo? Ich guck mal hier unten, ob hier noch irgendwas ist. Äh, warum kann man das nicht einfahren einfach? Ach, ich kann es doch auch aus... Ach so, warte mal. Ah, äh... Ja, du kannst es kleiner machen. So, jetzt ist es da unten... Ach, warte mal. Jetzt ist aber nicht ganz unten. Nein. Oh Mann. Oder? Warte, man scheint doch ganz unten, ja. Muss eh von ein bisschen höher, da nicht mehr mal schießen. Aber... Die Frage ist, kannst du... Ja doch, du kannst anscheinend... Deswegen stehe ich ja immer noch hier, ne? Das ist dir schon klar. Ach so. Ja, aber das geht nicht. Da müsstest du irgendwie... Also, da geht es runter, wenn du mal einen anderen Winkel irgendwie probierst. Das geht nie nach ganz unten so, ne? Wenn ich das so runter mache... Geht das da durch, geht es nicht, ne? Äh, wieso rutscht der runter davon? Ne, also mehr... Mehr geht nicht. Aber... Äh, warte mal, warte mal. Guck mal, kannst du das nicht hier unten festmachen? An dem... Äh... An dem Würfel? Dann bleibt es doch schon mal offen. Dann kannst du... Ja, das jetzt meinte ich jetzt nicht, aber... Ah! Oder so. Jetzt musst du da oben was dran machen. Achtung, du stehst auf den Dingern drauf, ne? Ja, ja, die muss ich dann ja da oben dran machen. Ja, viel Spaß. Äh, beziehungsweise mit dir. Aber von hier aus, weil sonst falle ich da eh... Zeigt der das von links so an? Also, mach mal so rum. Äh, ne, das muss irgendwas anderes gemacht werden. Ach, das muss runtergezogen werden noch weiter. Da muss Gewicht dran. Kannst du da... Äh, wie machen wir das denn? Kannst du aber nicht... Naja, es fehlt zu lange, du kannst es nicht runterziehen. Ich dachte, das Gewicht zieht es runter, aber das geht gar nicht irgendwie, ne? Hm. Oh, nein! Hä? Ich hab'n geheim... Huch! Ähm... Schatz, tauch mal bitte durchs Wasser nach rechts. Ich komm'n nicht mehr zurück. Äh? Wieso? Du kannst doch hier oben raus. Dann wieder hier rein. Hi! Ich bin hier runtergefallen. Ja, aber... Äh, das ist scheiße. Achso! Ich kann doch den Fahrstuhl betätigen. Da kommt doch einfach hoch. Achso! Huh! Was war das? Ja, wir haben das andere aber noch nicht gelöst, oder? Oder war das ja nicht? Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt nur das Grüne holen... Huch! Ach, du Scheiße! Oh, aufhören! Ja, du musst auf den anderen drauf! Du kommst ja nicht! Stell dich da drauf, los! Ja? Aber da, runter, 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 ja? Hoch, hoch! Wieder da drauf! Auf deinen! Deiner ist nicht da! Das war falsch! Was heißt, jetzt komm ich? Hä? Ach, du hättest ihn nach links dann... Achso! Ich hätt... Nein, ich hätte mit dir da drauf gehen... Warte, mach mal, mach mal, mach mal, mach mal, so... Nee, so... Du musst doch auf deinen drauf, auf deinen drauf... Nee, nee, der muss ja erst mal drauf sein. Jetzt muss ich drauf. Na, musst du ihn nach links schieben. So! Achtung! Nein, 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 nein! Ja, doch! Nein, jetzt macht er wieder... Ja, wir müssen zur anderen Seite. Bleib da stehen! Bleib da stehen! Ne, mach... Nein! Jetzt rauf, 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 rauf! Sag ich doch! Manchmal kann ich diesen Kerl so schlagen, ehrlich! Das ist ein Bonus-Level! Ich will das öffnen! Lesen! Lesen! Sehr geehrte Mitglieder des Großen Rats! Alle Treffen werden verschoben, bis sich unsere lieben Kollegen von der mysteriösen Lebensmittelvergiftung erholt haben. Wer hätte gedacht, dass so viele verdorbenen Kohlauflauf essen würden? Seid jedoch versichert, dass ich mich bis dahin um die alltäglichen Geschäfte des Rats kümmern werde. Kanzlerin Fräulein Sonnenschein-Krontal. Verdorbenes Essen? Wenn da nicht was faul dran ist. Hahaha! Du meinst, das war fauliger Kohle? Das ist ja witzig. Aber wie kommen wir jetzt? Ja, so kommt der wieder runter. Ja, wir müssen ja wahrscheinlich jetzt doch wieder da hoch, ne? Aber wir haben das Bonus. Ich hab ein Näschen für Bonus-Level. Na komm, das war wirklich absoluter Zufall. Das war absolut gewollt. Ja gut, das Runtertauchen war wirklich gewollt, ne? Ich wollte ja mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und das, obwohl ich ja eben schon da war. Sonst ist hier nix mehr, ne? So! Hallo! Nein! Du jetzt nicht auch noch! Ja, ich wollte es ausgleichen, Mann, ey! Kannst du aber nicht, wenn du in die gleiche Richtung läufst wie ich? Toll, jetzt komm ich nicht mehr dran. Hm. Oh, jetzt, ne, ne, jetzt schieß mal da, schieß mal. Jetzt, geh mal ein Stück vor, geh mal ein Stück weiter. Oh, so krass. Okay. Aber ich kann da jetzt keine... Hier oben kann ich nix festmachen. Ja, es würde... Frage ist nur, reicht das, um nach links zu schießen? Aber wenn, kann man denn nicht hier hoch? Ach doch! Boah! Warte mal, aber... Mach mal den dicken. Ich bin nicht dick! Warte mal. Ich seh da oben jetzt leider nichts, was da jetzt ist. Aber ich bin jetzt hier oben. Kannst du auf die andere Seite springen? Ja. Geh mal weiter. Ey, das war irgendwie... Das war nämlich nicht so gewollt. Ich geh mal ganz weiter. Hier kann man durch. Ist Level, Speicherpunkt. Okay. Gespeichert ist. Die Frage ist jetzt nur, ich kann mich ja jetzt hier nicht töten. Soll ich dich töten? Kannst du ja nicht. Links konnte ich mich auch nirgendwo töten lassen. Ach so, warte mal. Doch, ich kann mich töten. Warte mal. Warte noch ein paar Sekunden. Boah, jetzt dauert das noch länger. Jetzt vibriert mich der Controller hier erstmal kaputt. Jetzt bin ich gestorben. Ja, ich bin bei dir. Juhu. Lass mich, komm mal hier hin. Mach das alleine. Nein, da hoch. Nein, das geht so nicht. So. Na, 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 geht nicht. Kannst du gar nicht, okay. Juhu. Nein. Du musst da oben drauf, um dich festzuhalten, rechts. Na, hier ist doch ein Ding. Dann geht das runter. Aber wieso konnte ich mich nicht festhalten? Ja, die Frage ist eher, wie soll ich dann darüber kommen? Weil du hängst dann halt dran und ich komme dann, ach so, Entschuldigung. Und ich komme dann nicht dahin. Also nicht auf die andere Seite. Weil ich komme hier ja nicht hoch alleine. Weißt du jetzt, was ich meine? Ich hänge jetzt hier einfach mal ab. Ja, das ist toll. Das bringt mir noch nichts. Oder komme ich da jetzt ran, wenn das unten hängt? Das kann natürlich... Das glaube ich nicht. Du bist viel zu spät angefangen. Oh doch, das wäre es doch. Das hätte geklappt. Das hätte geklappt. Du musst... Bei der mittleren musst du auf die da drüber springen. Nein, nein. Nein. Das wird nicht funktionieren. Oh doch. Nee, geh nochmal zurück. Scheiße. Geh nicht zurück. Oh, kann ich nicht einverringen und nichts tun? Ich dachte, du hättest so gute Jump-and-Run-Skills. Ja. Aber doch nicht mit diesem dämlichen Zauberer. Nein, nein. Oh. Was machst du denn da? Eben hast du es besser gemacht. Ja, ich habe aber den Rhythmus jetzt hier nicht. Ich bin aber eben einmal nicht hängen geblieben. Warte mal. Bin ich mich drauf gesprungen? Aber das geht auch nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder was? Ja, du warst das Timing nicht so. Kannst du mir auch mal helfen. Jetzt mir ja auch mal helfen können oder selber machen können. Aber nein. Hängt da ja lieber so doof rum. Jetzt. Ja. Lass dich jetzt alleine. Nein. Aha. Ja, ich bin aber da. Scheiße. Wie kommen wir jetzt da rum? Ah nein, jetzt kommen wir nicht mehr auf die andere Seite, oder was? Da ist aber doch ein Hebel hier. Wieso kann ich den nicht betätigen? Mach mal. Ich betätige mal einen Hebel. Das geht nicht. Hä? Ich will doch nicht mehr da rüber. Ja. Bist du jetzt wieder an den Hebel gekommen, oder was? Boah, nee. Nee, den kann man nicht mehr machen. Aber nein, du hättest den Hebel betätigen. Hab dich eben, damit das nach oben fährt. Ja. Ja, dann mache ich ihn nochmal. Aber das fährt. Ach so, nur die eine Seite. Jetzt kann ich aber links auch nicht mehr zaubern, weil du das Ding kaputt gemacht hast. Danke. Jetzt zaubern. Nein, zaubern mal. Ja, geht ja nicht mehr. Jetzt haben wir das hier. Ja, du musst es da runter drücken. Du hast doch gerade runter gedrückt. Nicht mehr. Einmal mal mit Profis. Von hier aus kannst du... Ja, nee, das andere ist zu... Na, vielleicht mit dem... Na, ich kann nicht umschalten. Will er nicht. Springst du direkt? Springst du direkt? Mach weg, mach weg. Nee, geht nicht rein. Ach so, ich kann wieder... Boah, geh du mal durch. Du musst da auch da durch. Du kannst ja hier da nicht bleiben. Du musst hochfahren. Ich meine tollen Skills. Geh bloß nicht runter. Warte, warte, warte. Ja, ich bin da. Ich bin auch da. Oh, stopp, stopp, stopp. Was? Hier oben ist. Was, was, was? Ach so. Das hat mich geköpft. Tschüss. An der Mitte sollte eigentlich... Mach mal... Nee, die Glocke kannst du nicht kaputt machen, ne? Ich seh hier oben nichts. Das ist mein Problem. Hier unten ist nix. Ach so, da kommt... Da muss der... Da muss der Kugel hin. Nee, echt? Ich hab was eingeschaltet. Ich hab Angst. Ja, ich seh hier leider nix. Ach da. Hier, da musst du mal zurückkommen. Warte mal, die Kugel ist da. Und? Ja, und jetzt muss ich genau da hin, wo ich nicht mehr hinkann. Dreht man das denn damit? Ach ja. Nee, da machst du das wahrscheinlich nur mit auf, oder? Na, 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 na. Äh? Geh wieder zurück. Ah, geh mal nach links. Ja, warte mal, warte mal. Das funktioniert nicht wirklich. Das wird nicht gut, den, glaube ich. Den muss einfach so da reinfallen. Nee, nee, nee. Warte mal. Nee, ist doch gut nicht. Kann man... Ach so. Äh, ich hab... So, kannst du die beiden jetzt mal eben verbinden? Warte mal. Das mit dem, ne? Ja. Jetzt musst du wieder nach oben, weil da kommt ich nicht hin. Aber du... Müsstest du das nicht kürzer machen? Uhuhu. Nicht so heftig, nicht so heftig? Ja? Das hätte ich auch machen können. Oh! Ja, toll. Scheiße, aber du hast es nicht gemacht. Und du hast die ganzen Sachen ausgelassen hier. Die sind gar nicht böse. Die sind hier gerade. Nee, die haben auch Party-Mütze anauf. Oh, Renovierungs-Mützen würde ich sagen. Ich glaube, die sind doch... Ah! Scheiße! Das sind Renovierungs-Mützen. Oh, in der Mitte ist irgendwas. Oh, ich hätte hier nicht reingehen sollen. Ich bin zu... Hol den nach rechts, hol den nach rechts. Oh, aua. Hol den nach rechts. Ich muss erst mal hier rüber. Aber weich aus. Hä, wo ist mein Schild hin? Hallo, wo ist mein Schild? Ja, toll. Jetzt ist er weg. Weil der Idiot das Schild nicht gehalten hat. Was ist das für ein Scheiß? Da oben ist noch ein Ding. Aua. Okay, ich bin leider umgefallen. Du hast mich nicht geholfen. Aua. Boah, das war knapp. Äh. Alter, geht es noch hier? Jetzt war aber... Da. Da, Fräulein Sunny. Da. Die komische Tose mit den schlechten Essen hier. Ach, die Helden des Trine. Und kein Moment zu früh. Fräulein Sonnenschein-Krontal hat den Mitgliedern des Großen Rats etwas angetan. Sie sind weg. Und den Zauberern geht es angeblich auch nicht gut. Nein, sie hat die Astralakademie dem Boden gleichgemacht. Wortwörtlich. Moment. Wer seid ihr? Nur ein einfacher Ingenieur und Diener des Volkes. Ich heiße Godereck. Wie können wir helfen? Fräulein Krontal kontrolliert ihre Urwerkritter, die ihren Willen ausführen. Im höchsten Turm hier gibt es ein Gerät, das den Urwerkrittern alle Befehle schickt. Wenn ihr dieses Gerät zerstört, sind die Urwerkritter harmlos und Fräulein Sunny steht ohne Armee da. Und woher habt ihr diese wertvolle Information? Entschuldigt, Gnähfrau. Zweifelt ihr an mir? Ich bin Ingenieur im Dienste der Bürger. Solche Dinge sind mein täglich Brot. Dann los, zerstören wir diese Höllenmaschine. Na dann, viel Glück. Möget ihr die Turmspitze erreichen. Der große Rat. Die drei Helden folgten Herrn Goderecks Ratschlag und machten sich auf den Weg zum höchsten Turm. Dort auf der Turmspitze würden die Helden alle niederträchtigen Urwerkritter außer Gefecht setzen können und endlich alles in Ordnung bringen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.